ist der jetzt tot so aus stirb du das ist hat alter die sind immer noch am zappeln ich muss ich das mal gucken wie muss ich auch fische auch wie schön alter das ding bewegt sich immer noch ist ja ekelhaft ist das okay der ist zwei meter weit weg und doch so weit entfernt zwei meter weg und ja genau ich sollte zuerst den strom abschalten ja wo schalten wir den strom auch dahinten okay das war jetzt nicht unbedingt so schwer eine mikrowelle können wir uns noch lecker essen machen okay so also ich würde sagen das sind komische zombies die finde ich persönlich jetzt nicht so schön weil die können sich ja regenerieren ist doch voll schrottig sehen sie die sehen so hässlich aus und so was essen die hier naja soll mir ja egal sein hier komme ich gar nicht lang ach die musik die freut mich oh ne scheiß hier ist eine sich bewegende hand geh weg du hand ach tatsache man muss die einfach nur durch die gegend schmeißen und die sind tot krass ok kleiner wichser du willst es unbedingt geh weg ohne scheiß was willst du hier ich hab noch ein bisschen mehr für dich du verstehst du ja ja für dich habe ich auch noch ein bisschen was hier ok sollte die munition nicht so verschwenden soll ich weiter geht es irgendwo in die richtung komme ich hier da lang oder nicht hier ist auf so auf was anderes gehofft aber man kann ja nicht alles haben aber wie komme ich denn da hin hier oh ne scheiß ne hier komme ich nicht da hin hier komme ich aber auch nicht da hin ok 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 ich muss jetzt mal irgendwie gucken wie ich da diesen schlüssel bekomme denn irgendwie habe ich das noch nicht ganz so gecheckt also auf jeden fall da in diese richtung ja gut aber das bringt mir auch jetzt nichts weil ok da muss es auf jeden fall einen anderen weg gehen weil da ist auch noch auf jeden fall ein schlüssel da muss ich jetzt mal gucken wie komme ich denn zu dem kack schlüssel da hinten was soll denn das er wird mir er wird mir aber glaube ich nicht den weg anzeigen zum schlüssel oder oder doch aha ok also ganz nicht ich muss glaube ich hier war irgendwas über eine hand wo ist nie ja komm doch mal her du hand was soll denn alter leon willst du mich eigentlich verarschen nimm die hand und hier schmeiße weg und da ist doch gut meine güte das ist doch ein ziemlich großes areal dann auf einmal hier ich muss mal kurz weg ich muss mal ganz kurz die wache wechseln weil alter hier sind ja mehrere von den spacken ja ich muss nachladen super nachladen vorbeginn geh weg mal alter boah hier sind aber ein paar von denen kann das sein ja komm hallo ja das wäre nett wenn du kommst also mich zu heilen ja genau alter was soll denn das dann werde ich schon wieder umgekickt meine fresse ey was sind denn das für behinderte so ich muss erst mal wieder weg ach komm scharfschützengewehr for the win alles muss ich auch machen warum ich hier noch mal alles nachfahren was soll das oh geh weg du komischer keks ey oh du hand weg mit dir weg mit dir sie haben immer noch da ja ist mir doch egal ihr könnt da rumzappeln wie ihr wollt ich habe kein mitleid mit euch so kaputt kaputt was hier los was ist denn hier los ach da ist eine Hand am Arsch alter hier ist noch so ein Vieh wo kommst du denn auf alter ohne scheiß ja toll äh super wo kommt das ding dann auf einmal her ja Lyon wir haben es ja immer gern wenn du ein bisschen deine extra Spirenze machst ach jetzt kommt der schon wieder so ich muss mal kurz nachhören Hand weg mit dir ach so ja warum nicht so äh dreh dich mal bitte um weil hier ist noch so ein komisches Tier geh weg du Moppel gib mir das gib mir das gib mir das ich sag jetzt einfach ich bin weg Moment ach hier ah hier gibt es die Treppe auch cool okay warum muss ich denn auch immer gegen Zombies kämpfen ey ja genau und ich muss hier runter ey weißt du die hat es ganz safe da oben ich sieh das du bist ganz schön dick Helena okay okay wo muss ich lang hier muss ich lang ach so ähm ich hör hier irgendwas ja Moment doch mal ich muss da erstmal zu dir kommen Mädchen bleib doch mal locker ey ich hör hier auch die ganze Zeit alter ich bin voll ja ja ist doch gut okay ich werde jetzt definitiv schon mal auf diese Waffe wechseln weil hier wird irgendein Moment Moment hier muss ich durch okay okay oh komm Hand wo ist denn die Hand jetzt Alter ja Leon lad nach alles kein Thema ihr seht auch voll hässlich aus ihr Kackfiecher ey geh mal weg weg mit dir weg mit dir weg ist mir auch egal ob ich hier verschwende oder nicht aber man muss ja auch mal ein bisschen äh Prioritäten setzen ganz ehrlich jetzt verschwinden wir von hier also ja Alter geh weg ohne Witz ey warum kann ich nicht einfach die Hand hier nehmen wo ist sie denn die ist hier hier ich bin doch genau über der Hand warum nimmst du sie nicht einfach ach dann schieße und rauf weiche ey Alter diese Geräusche die die da Schlimme ist ja eigentlich gar nicht dass es so dunkel ist und so sondern diese Musik alter da kriege ich doch ne Macke bei da wird man äh kann man echt teilweise ein bisschen paranoid werden ey oh jetzt muss ich doch mal alle einzeln aufschließen äh geh weg geh weg hab ich gesagt ach Hand achso ich kann nicht mehr scheiße ok die nehm ich noch ok sehr schön Helena hast du sehr fein gemacht boah ey da kriegt man doch voll die psychischen Schäden bei bei super die kacke ist auch mal an ok was muss ich drücken komm ich muss bestimmt irgendwas drücken komm ok nicht geschafft alter willst du mich verarschen ich hab doch hier gedrückt man alter dieses Spiel macht mich fällig ey Leon ah gibts lecker Leon Wurst mhm was soll das ich hab doch hier scheiße wie ASD gedrückt also jetzt mal ohne Witz ja ich mein ich drück die scheiße doch nun schon und den Horn die Schuhe schafft ja komm her Arschkeks so alter willst du mich verarschen man ich hab doch auch rechtzeitig gedrückt man ich krieg hier ne Macke bei dem Spiel ohne Witz wie oft bin ich denn hier schon gestorben bestimmt 5-6 mal ja musste ich mir mal grad selber mit der Hand vor den Kopf hauen ey ist doch voll für den Arsch ich drück doch die ganze Scheiße rechtzeitig ey dann nimmt der ja komm jetzt her so so hier warum brauche ich eigentlich für alles immer 3 Versuche was ist doch irgendwas ist da nicht richtig ja sieht extrem sicher aus und alles ne alles kein Thema hier also ich ärgere mich grad auch ein bisschen über mich selbst dass ich so schlecht bin meine Fresse ey naja wir haben es ja geschafft Ada folgen wir ihr dazu öff ist wie wir wir das Ja, irgendwie ist so... Weiß nicht, die macht irgendwie ein bisschen komisch. Diese ganzen Verstrickungen mit den anderen Storys oder mit den anderen Charakteren, die sind irgendwie so ein bisschen... Hauptsache, sie sind gemacht, aber jetzt so wirklich sinnvoll. Finde ich die nicht. Die geben irgendwie in der Geschichte, ergeben die jetzt nicht den großen Sinn. Bis auf, dass man vielleicht... Achso, die hat sich von alleine zugeschlossen. Aha. Bis auf Aida, die uns mal einen Ring gegeben hat. Ja, super. Hier ist nix. Dann gehe ich hier weiter. Ach du Scheiße. Okay. Halten, Sprint. Okay, Sprinten, los. Sie ist das Ziel. Sie ist das Ziel, okay. Sie ist das Ziel. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbau ab. Genießen Sie den Aufenthalt. Ach du Heilige... Okay, was muss ich hier machen? Ohne Scheiße, ich glaube, ich renne voll in die falsche Richtung. Kann das sein? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was muss ich hier machen? Ach, okay. Ach, Leon, Mann, du bist doch voll bekloppt Ich muss auch die andere Taste drücken für Sprinten, aber egal Ich bin doch Gesteinsbummstier Ach, leck mir doch die Mist Alter, Leon, kannst du mal davor stehen bleiben? Du bist doch echt, ey, zu blöd Was ist denn sonst? Manchmal zweifle ich an deiner geistigen Gesundheit, mein Freund Was ist denn sonst?